Moin Moin! Schön, dass du eingeschaltet hast zum dritten Part der OBS Studio Reihe. Heute möchte ich mit euch durchsprechen, wie ihr euren Stream in OBS Studio einrichtet. Folgende drei Dinge möchte ich in diesem Video mit euch besprechen. Wir haben einmal die verschiedenen Quellen. Die wichtigsten Quellen werden wir einmal besprechen, so dass ihr wisst, wie ihr welche Quelle für was anwenden könnt. Dann will ich drei Szenen mit euch einrichten. Wir haben einmal die Just Chatting Szene. Wir haben eine Gaming Szene. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einmal eine Be Right Back Szene. Und wie ihr jetzt gerade auch sehen konntet, hatte die letzte Be Right Back Szene eine Transition. Und wie ihr so eine Transition einstellt, dass ihr von Szene zu Szene einen flüssigen Übergang habt, das möchte ich ebenfalls mit euch heute besprechen. Es wird also wahrscheinlich ein langes Video, wenn ihr zum jeweiligen Bereich skippen wollt, ich habe unten die Timeskips integriert. Und jetzt viel Spaß beim Video. Los geht's! Bevor wir loslegen, einmal ein großes Shoutout an den Sponsor des heutigen Videos, owned.tv. owned.tv ist ein Online-Shop speziell für Streamer, wo ihr euch mit eurem eigenen Overlay einrichten könnt. So gibt es zahlreiche Komplettpakete, wo ihr mit einem Produkt euer gesamtes Overlay einrichten könnt. In dem heutigen Video werden wir mit der Gamer-Series von owned durchstarten. Damit könnt ihr neben eurem Stream auch euren gesamtes Twitch-Profil richtig professionell eindecken. Zusätzlich stehen euch verschiedene Screens wie zum Beispiel der Ending-Screen zur Verfügung. Gleichzeitig sind diese Komplettpakete modular. Das heißt, ihr habt verschiedene Auswahlmöglichkeiten und könnt euren Stream wirklich individuell gestalten. Wenn du also jetzt deinen Stream einrichten möchtest, du aber kein Overlay hast, dann schau unbedingt bei owned vorbei. Du findest unten in der Videobeschreibung auch noch einen Link, wo du diesen Channel mit unterstützen kannst. Und wir springen jetzt direkt weiter zu OBS Studio. Wenn ihr OBS Studio das erste Mal installiert oder eben OBS Studio neu einrichten wollt, werdet ihr es so vorfinden. Die Szenen sind mehr oder weniger leer, wir haben hier nur die erste Standard-Szene drin und Quellen sind komplett leer. Wir werden jetzt einmal eine grobe Übersicht für die Quellen machen und anschließend richten wir die jeweiligen Szenen ein. Wenn ich jetzt hier unten aufs Plus klicke bei den Quellen, dann könnt ihr eine Quelle hinzufügen. Bei mir werden jetzt ein paar mehr Quellen vorhanden sein, weil ich viele Plugins habe. Die wichtigsten werden wir einmal durchsprechen. Wir arbeiten uns mal von oben nach unten durch und wir nehmen als erstes einmal die Bilddatei. Wir können jetzt jedes Mal Quellen beliebig umbenennen. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel reinschreiben, ich will hier gerade ein Thumbnail drin haben, schreibe ich hier Thumbnail rein. Klicke auf OK und jetzt würde ich die Bilddatei aussuchen. Anschließend wähle ich das jeweilige Bild aus, klicke auf Öffnen und das Bild ist integriert. Hier können wir jetzt sehen, Thumbnail steht hier drin. Dieses können wir jetzt theoretisch beliebig schieben. Wir können es hier ein bisschen kleiner machen und dann anpassen. Und wenn wir die richtige Position haben, dann könnten wir das hier auch sperren, sodass wir es nicht mehr verschieben können. Wir könnten auch auf das Auge klicken und die Quelle wäre einmal weg. Dann schauen wir uns mal die nächsten Quellen an. Wir klicken hier wieder aufs Plus. Dann hätten wir als nächstes die Bildschirmaufnahme. Hier wird einfach ein Bildschirm angezeigt. Sprich, ich klicke auf OK und ich könnte jetzt aussuchen, welchen von meinen zwei Bildschirmen ich eben nehmen will. Ihr hättet jetzt hier eben zweimal OBS offen und würdet jetzt dann den OBS Bildschirm sehen. Ich lösche das mal wieder schnell raus. Dann haben wir als nächstes einmal eine Browser Quelle. Browser Quelle sind sehr viele nützliche Widgets und Plugins. Die können sehr individuell aussehen. Ihr stellt etwas im Browser ein, bekommt dann einen Link und diesen kopiert ihr hier einfach rein. Wenn ihr zum Beispiel jetzt meinen Just Chatting Screen seht, dann werdet ihr feststellen, dass ihr hier unten einmal die Musik seht, was ich das letzte Mal geschaut habe. Hier unten ist jetzt ein Widget, was angezeigt wird. Das sind alles Browser Quellen. Nach der Browser Quelle kommen wir zur Fensteraufnahme. Hier könnt ihr ein einzelnes Bild aufnehmen. Das könnte zum Beispiel euer Gameplay sein. Ihr könntet euren Browser zum Beispiel, wenn ihr Reactions macht, könntet ihr YouTube einsetzen und so weiter. Also da seid ihr dann auch wieder ganz flexibel. Dann haben wir als nächstes die Medienquelle. Bei Medienquellen handelt es sich mehr oder weniger um MP4-Dateien. Können Videos sein und das könnten auch zum Beispiel animierte Overlays sein. Wir fügen hier mal eins ein. Ich habe jetzt eine Datei eingefügt. Das ist jetzt ein animiertes Camera Border. Und hier klicke ich auf OK und habe das eingefügt. Dieses kann ich jetzt wieder wie vorhin anpassen. Was ich euch jetzt noch wichtig zeigen möchte, ist, dass es hier auf die Priorität ankommt, welches Bild denn im Vordergrund ist. Ihr könnt sehen, das Thumbnail ist unter der Medienquelle. Deswegen ist dieses Camera Border jetzt auch im Vordergrund. Wenn ich das jetzt einmal anpassen würde und ich würde die Medienquelle hier runterziehen, unter das Thumbnail, dann wäre auf einmal dieses Camera Border verschwunden. Also hier müsst ihr immer auf die Priorität achten, wenn ihr eure Zähnen anlegen solltet. Nach der Medienquelle haben wir die Spielaufnahme. Wie ihr vermuten könnt, werdet ihr hier mit euer Gameplay aufnehmen können. Dann haben wir als nächstes eine Zähne. Werden wir nachher mit arbeiten. Ihr könnt quasi eine Zähne in eine Zähne integrieren. Werde ich nachher einmal durchgehen, wie ihr das Ganze integriert. Dann haben wir eine Textdatei. Hier könnt ihr ganz banal einfach einen Text einfügen. Ich könnte jetzt zum Beispiel reinschreiben Thumbnail TV. Könnt ihr jetzt hier sämtliche Einstellungen vornehmen. Farbe, Größe, Schriftart und so weiter und könnte das Ganze dann integrieren. Jetzt haben wir noch zu guter Letzt einmal die Videoaufnahmegeräte. Hierbei handelt es sich um sämtliche Capture-Geräte. Sprich, wir klicken mal drauf und können mal schauen, was es da so gibt. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir einmal die Game Capture. Das ist für die Capture-Card für eine Konsole. Ich habe hier einmal den Cam-Link. Das ist für die Kamera eine Capture-Card. Dann habe ich hier einmal die Webcam, die ich erst benutzt habe. Die Logitech C29. Also hier hätte ich sämtliche Webcams, aber auch solche Webcams wie eine iVcam fürs Handy, dass ich ein Handy als Webcam nutzen kann, sind hier integriert. Wir machen das Ganze mal eben mit der Logitech C29. Ich klicke einmal drauf und zack, jetzt würde man mich sehen können. Hier könnten wir jetzt Einstellungen vornehmen. Wenn mir diese Form zum Beispiel nicht gefällt, könnte ich das Ganze hier auf Benutzer definiert machen. Zum Beispiel die Auflösung auf Fullscreen, 1920x1080p setzen und zack, wäre meine andere Kamera integriert. Soviel erstmal für eine grobe Übersicht für die Quellen und jetzt werden wir die einzelnen Szenen einrichten. Dafür werden wir jetzt einmal bei den Szenen die erste Szene, die integriert ist, umbenennen. Sprich, wir klicken hier mit Rechtsklick drauf und gehen auf Umbenennen. Wir fangen einmal mit einer Just Chatting Szene an. Diese ist jetzt integriert. Jetzt könnten wir hier mit Plus die jeweiligen Quellen hinzufügen. Ich habe dafür jetzt die Gamer Series von Owned, die ich euch zeige. Wir fangen mit einer Medienquelle an und ich nehme jetzt hier einfach, schreibe ich es einmal rein, haben wir den Hintergrund. Jetzt suche ich mir die entsprechende Datei raus. Das hier ist jetzt der Hintergrund für den Screen. Es handelt sich dabei um eine Videodatei. Dass diese nicht irgendwann ausgeht, klicke ich hier jetzt einfach mal die Endlosschleife an, weil sonst, nachdem das Video durchlaufen ist, würde sich das Ganze deaktivieren. Dann können wir jetzt eben noch machen, dass sich bei Quellenaktivierung neu startet. Sprich, wenn ihr ein einzelnes Video einblenden wollt und diese Quelle einfach wieder aktiviert, hier aufs Auge klickt, dann würde das direkt abspielen. Ihr könntet eine Datei automatisch schließen, wenn sie inaktiv wird. Sprich, wenn sie nicht in so eine Endlosschleife wäre. Und hier könnt ihr dann auch noch Farben und ähnliches einstellen. Ich bin so mit den Einstellungen zufrieden. Klicke auf OK und das Ganze ist direkt im Full-HD-Format. Das heißt, ich kann das Ganze direkt schließen. Jetzt hätten wir schon unseren Hintergrund integriert. Als nächstes wollen wir einmal die Kamera integrieren. Für die Kamera wollen wir hier diesen großen Bereich einmal füllen. Um meine Kamera einzufügen, klicken wir wieder aufs Plus, wieder auf Videoaufnahmegerät. Ich nehme diesmal meine Sony Alpha, werde jetzt einmal meinen Cam Link auswählen, den Cam Link 4K. Jetzt sehe ich direkt meinen Screen. Ich könnte hier jetzt noch Einstellungen vornehmen. Aus Testzwecken werde ich es jetzt allerdings so lassen. Könntet ihr halt nochmal versuchen, die Qualität eurer Kamera zu erhöhen und alles optimal anzupassen. Ich klicke hier einmal auf OK. Und jetzt seht ihr, oh, mein Hintergrund ist aber irgendwie komplett weg. Es liegt daran, dass diese Pirelle eben über der anderen ist. Wir könnten das Ganze jetzt also von der Größe her an etwa einmal anpassen. Das sieht so in etwa richtig aus. Und jetzt schiebe ich die Sony Alpha einfach hinter den Hintergrund. Jetzt ist das perfekt eingerichtet. Ich werde die Sony Alpha einmal sperren und habe schon meine Kamera integriert. Als nächstes wollen wir einmal hier oben in dem Screen rechts eine Bildschirmaufnahme einfügen. Dann würde man zum Beispiel Images Chatting Screen sehen, worauf ich denn die ganze Zeit gucke, was ich so nebenbei mache. Sprich, wir klicken hier unten wieder aufs Plus. Wir klicken jetzt einmal auf die Bildschirmaufnahme. Könnten das jetzt benennen. Bildschirm 1 oder 2 zum Beispiel bei mir. Ich wähle jetzt einfach diesen Bildschirm aus. Ihr seht jetzt gerade OBS doppelt. Ich ziehe das mal ganz klein und versuche das dann hier oben einmal einzurichten. Ich mache das Ganze nur grob. Das solltet ihr natürlich feiner machen. Schiebe das wieder runter und zack, hätte den nächsten Screen integriert. Als nächstes möchte ich einmal ein Live Chat hier integrieren, so dass man sehen kann, was denn geschrieben wird für die Leute, die nicht so sehr nebenbei auf den Chat achten wollen. Hierfür müssten wir eine Browserquelle einfügen. So ein Chat müssten wir im Internet einstellen. Das könnten wir zum Beispiel über Streamlabs, Streamelements oder ähnlich machen. Ich arbeite zum Beispiel gerne mit Streamelements und werde diesen eben integrieren. Hier habe ich jetzt quasi meine transparente Chatbox. Ich kann diese jetzt einmal kopieren und füge das Ganze in OBS Studio als Browserquelle ein. Dafür klicke ich hier einmal aufs Plus, klicke auf Browser, nenne das Ganze jetzt einfach mal Chat und kann jetzt hier diese URL einfügen. Habe ich Streamelements kopiert und jetzt seht ihr ein transparentes Fenster. Das ist völlig normal. Ich kann jetzt einfach mal eine Testnachricht schreiben und jetzt würdet ihr sehen, dass diese hier eben integriert ist. Ihr müsstet das für euer Overlay natürlich noch optimal anpassen, aber so wäre es schon mal grob integriert. Jetzt werdet ihr feststellen, oh der Screen ist allerdings viel zu groß. Jetzt gebe ich euch noch mal einen kleinen Tipp. Ihr könnt Quellen zuschneiden. Dafür drückt ihr auf der Tastatur die Alt-Taste und könnt anschließend das Ganze hier einfach einmal ein bisschen zurecht schneiden. Das ist jetzt natürlich nicht die Lösung für diesen Chat hier, aber im Allgemeinen wäre das eine Möglichkeit, um die Quellen so ein bisschen besser anordnen zu können. Wenn ihr dann zufrieden seid, wie das Ganze aussieht, dann könnt ihr den Chat auch einfach wieder locken und hättet diesen integriert. Und wenn man jetzt ganz viele Nachrichten schreibt, dann würden diese hier eben im Live-Chat angezeigt werden. Das ist jetzt nur eine von sehr, sehr vielen verschiedenen Browser-Quellen. Einfach um euch ein Beispiel zu zeigen, was damit alles möglich ist. Ich habe hier alleine in Stream Elements zum Beispiel Alerts drin und auch Redeem, das sind Kanalbelohnungssysteme. Ich habe hier ein Rotate-Feed drin, wo man meine letzten Spenden sieht, wo man sieht, wer mir als letztes gefollowt ist und so weiter. Ich habe hier einen Sub-Train drin. Ich habe hier meinen Chat integriert. Ich habe hier so ein Pop-Up-Fenster drin, was immer wieder zwischendurch auftaucht und einfach ein Reminder darstellt. Ihr könnt mit Browser-Quellen also unfassbar viele einzigartige Sachen in euren Stream integrieren. Für unsere Just Chatting-Szene ist das jetzt allerdings völlig ausreichend. Wir werden jetzt weitergehen und die nächste Szene anlegen. Das wird eine Be Right Back Szene sein. Wir klicken also bei den Szenen wieder aufs Plus und benennen jetzt diese Szene. Ich benenne sie jetzt Be Right Back. Das wäre, wenn man zwischendurch mal kurz AFK muss. Wir klicken auf OK. Jetzt werdet ihr feststellen, dass die Quellen wieder komplett leer sind, denn die ganzen Quellen, die sind nur in diesem Just Chatting-Screen. Bei dem Be Right Back-Screen wollen wir jetzt eine Quelle hinzufügen. Wir klicken einmal aufs Plus und wählen wieder eine Medienquelle aus. Hier könnte ich jetzt theoretisch den Hintergrund von dem Just Chatting-Screen hier auch auswählen, weil diese schon in meinen Szenen integriert ist. Das wollen wir hier natürlich nicht. Wir wollen eine neue erstellen und das ist dann eben Be Right Back. Wir klicken einmal auf OK und suchen uns wieder die Datei raus. Ich habe die Quelle wieder ausgesucht, werde hier jetzt wieder die Endlosschleife aktivieren und kann das Ganze, so wie es jetzt auch schon ist, belassen. Klicke hier jetzt auf OK und habe das Ganze integriert. So könnte der Pausenscreen aussehen. Wenn ihr jetzt natürlich Sachen habt wie Alerts oder ähnliches, die gerade AFK seid, solltet ihr diese hier schon auch noch einfügen, diese Quellen, dass Leute, die jetzt auch noch mal vielleicht ein Bit spenden, followen und ähnliches, trotzdem ein Alert für sich sehen. Dieses müsstet ihr dann von der Priorität natürlich über der Quelle einrichten. Als nächstes möchten wir einmal eine Gaming-Szene anlegen. Wir klicken einmal aufs Plus und benennen das Ganze noch nicht Gaming, sondern erst mal Facecam. Ich möchte euch was zeigen. Facecam, OK. Jetzt klicken wir hier aufs Plus. Wir wollen quasi wieder unser Videoaufnahmegerät integrieren, wählen. Wählen das einmal aus. Wir wollen wieder die Sony Alpha. Das ist von der Qualität her die beste gerade. Diese ziehe ich jetzt mal ein bisschen kleiner. Habe die jetzt schon mal drin. Als nächstes möchte ich für diese Facecam einen Rahmen integrieren. Klicke jetzt einmal aufs Plus. Wähle einmal die Medienquelle aus. Nenne das Ganze jetzt einmal Facecam Layout. Habe die Datei wieder ausgewählt. Habe das Ganze wieder auf Endlosschleife aktiviert. Klicke auf OK. Und möchte jetzt das Ganze optimal anpassen. Sprich, ich ziehe das Ganze ein bisschen kleiner und versuche die optimale Position zu finden. Wenn ihr jetzt Probleme habt, das optimal anzupassen. Hier ist zum Beispiel noch ein bisschen schwarz. Dann habt ihr die Möglichkeit, das mit den Pfeiltasten Pixel für Pixel anzupassen und noch so ein bisschen zu korrigieren. Wenn ihr für euch zufrieden seid, wenn alles optimal ist, dann könnt ihr das Ganze einfach locken. Einfach um euch jetzt etwas zu demonstrieren. Ich habe noch nicht die optimale Position gefunden. Aber stellt euch mal vor, jetzt verdeckt diese Kamera auf einmal euer Gameplay. Eine wichtige Szene. Und ihr wollt das schnell wegschieben. Ihr öffnet also einfach mal wieder die Facecam. Zack. Und verschiebt das Ganze. Und denkt euch so, oh verdammt. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich das auseinander geschoben. Damit das nicht passiert, haben wir diese Facecam als einzelne Szene integriert. Und jetzt werden wir eine weitere Szene anlegen. Und jetzt legen wir die richtige Gaming Szene an. Wir nennen das Ganze jetzt einfach mal Gameplay. Und hier klicken wir einmal aufs Plus. Und wir fügen eine Szene ein. Und wir wählen die Facecam aus. Klicken auf OK. Und jetzt haben wir diese Facecam integriert, welche wir auch nicht mehr auseinander schieben können. Das heißt, ihr habt hier etwas integriert. Und das könntet ihr jetzt in mehrere Szenen einstellen. Und immer wenn ihr auch nur eure Facecam bearbeitet, wird das für sämtliche andere Szenen angepasst. Das kann euch also wirklich immens viel helfen und viel Arbeit sparen. Wenn ihr mit der Position der Facecam, ich setze sie jetzt mal hier oben rechts rein, zufrieden seid, klickt ihr einfach wieder auf OK. Als nächstes wollen wir das Gameplay integrieren. Und dafür gibt es tatsächlich vier Möglichkeiten. Wir klicken einmal aufs Plus und fangen mit der normalen Bildschirmaufnahme an. Hier könnt ihr einfach einen Bildschirm aussuchen, welchen ihr eben verwenden wollt. Ich wähle jetzt mal den Bildschirm 2 aus, habe jetzt Minecraft offen und könnte jetzt eben Minecraft hier integrieren. Jetzt ziehe ich das mal unter die Facecam und ich hätte da oben die Facecam integriert. Das wäre also schon mal eine Basic-Variante. Wichtig, die Bildschirmaufnahme frisst am meisten Ressourcen von sämtlichen Aufnahmevarianten. Sollte diese Bildschirmvariante also nicht unbedingt für sämtliche Spiele verwenden, sondern dann eher für andere Sachen, wenn ihr mal irgendwie was außerhalb vom Gameplay zeigen wollt. Fürs Gameplay selber empfehle ich euch andere Quellen. Das heißt, ich nehme die Bildschirmaufnahme hier auch einmal wieder raus. Dann haben wir als nächste Variante einmal die sogenannte Fensteraufnahme. Die haben wir hier. Jetzt klicken wir einmal auf OK. Und hier könnten wir uns jetzt unser Fenster aussuchen. Ich habe jetzt zum Beispiel OBS gerade offen. Ich könnte jetzt aber auch eben das Minecraft, was gerade geöffnet ist, auswählen und könnte so Minecraft integrieren. Wichtig, die Fensteraufnahme erfasst im Normalfall nicht Vollbild Varianten. Das heißt, wenn ihr euer Spiel im Vollbild Modus habt, kann es sehr gut sein, dass diese Fensteraufnahme euer Spiel nicht capturen kann. Ihr habt hier noch verschiedene Aufnahmemethoden. Wenn die automatische nicht funktioniert, dann switcht einfach mal zwischen Bitbit und Windows mit Graphics, ob anschließend euer Fenster angezeigt wird. Ihr habt hier jetzt auch nochmal ein Fensterübereinstimmungsmöglichkeiten. Ob ihr eben Fenstertitel komplett übereinstimmen müssen, ob eben nur Fenster des gleichen Typs gefunden werden müssen oder eben ob Fenster des gleichen Programms gefunden werden sollen. Also da habt ihr dann auch verschiedene Möglichkeiten, das einzustellen. Ihr könnt auch einstellen, ob euer Mauszeiger angezeigt wird oder ob ihr den eben nicht zeigen möchtet. Da habt ihr verschiedene Varianten. Wir klicken einmal auf OK und jetzt würdet ihr auch sehen, jetzt gerade ist es von der Auflösung nicht unbedingt optimal. Also mit der Fensteraufnahme müsstet ihr ab und zu ein bisschen basteln. Interessanterweise, wenn ich jetzt in Minecraft reingehe und das Ganze jetzt zum Beispiel auf Vollbild umstelle in der Grafik, dann würde es immer noch angezeigt werden und dann würde es sich optimal anpassen. Wenn ihr es allerdings das nächste Mal öffnet, würde es das Programm nicht mehr finden, weil es nicht in der Fensteraufnahme, sondern im Vollbildmodus ist. Fensteraufnahme kann also ein bisschen tricky sein. Wir nehmen jetzt mal die Fensteraufnahme raus und besprechen die dritte Variante. Und zwar handelt es sich dann um die Spielaufnahme. Und die Spielaufnahme ist auch das, was ich euch empfehle. Hier könnt ihr natürlich euer Game benennen. Ihr könnt sehr viele verschiedene Spielaufnahmen einfügen. Das könnte eine gute Variante sein. Könnt es aber auch so flexibel halten und mit dem Modus beliebige Vollbildanwendung erfassen versuchen. Bei Minecraft funktioniert es gerade bei mir tatsächlich nicht. Ich würde jetzt ähnlich wie vorhin ein bestimmtes Fenster erfassen auswählen und würde jetzt hier wieder Minecraft auswählen. Dieses ist dann eben vollständig wieder integriert. Und das Gute ist auch, dass hier die Möglichkeit besteht, das Ganze eher im Vollscreen zu lassen. Ich würde es jetzt wieder zurecht schieben, so dass eben die Spielaufnahme unter meiner Facecam ist. Priorität würde ich immer sagen, versucht immer als erstes die Spielaufnahme aus. Dann versucht ihr die Fensteraufnahme aus. Und zu guter Letzt versucht ihr erst die Bildschirmaufnahme aus. Das ist von den Ressourcen her die beste Variante. Ihr habt auch bei der verschiedene Varianten. Wenn ihr zum Beispiel zwei Grafikkarten habt, dann könnt ihr so einen SLE Crossfire Aufnahme Modus versuchen, um die Qualität noch mal ein bisschen zu pushen. Gibt allerdings ein paar Probleme, gerade wenn OBS Studio im Fenstermodus ist, das Spiel aber im Vollbildmodus ist. Gibt es da ab und zu ein paar Schwierigkeiten. Wenn ihr eh keine zwei Grafikkarten habt, ist das Thema eh für euch durch. Falls Spiele ein bisschen Transparenz haben, das könnte sehr witzig sein, dann könntet ihr natürlich hier auch die Transparenz erlauben, einfach um da diese Features zu integrieren. Dann haben wir hier eben auch wieder den Mauszeiger aufnehmen, die Möglichkeit. Ihr könnt hier Drittanbieter-Overlays aufnehmen, zum Beispiel so ein Steam-Overlay, wenn ihr jetzt raus tappt und dann wird jemand schreibt, dass das Ganze gesehen wird. Und ganz wichtig, was ihr auf jeden Fall aktivieren solltet, ist dieser Anti-Cheat-Kompatibilitätszug. Spiele können registrieren, oder greift irgendein Spiel, irgendeine Software auf euer Spiel drauf zu. Und damit es nicht als Cheat erkannt wird, gibt es diesen Anti-Cheat-Kompatibilitätszug bei OBS Studio. Diesen solltet ihr auf jeden Fall integriert lassen. Dann, die Hook-Wait wird empfohlen auf Normal zu lassen, empfehle ich euch auch. Klickt ihr einfach auf OK und hättet das Spiel integriert. Das sind die drei klassischen Varianten, um ein Spiel zu integrieren. Es gibt jetzt allerdings auch die Möglichkeit, dass du das nicht am PC machst, sondern über eine Konsole. Dafür würden wir jetzt einmal aufs Plus gehen und ein Video-Aufnahmegerät auswählen. Hier würde ich jetzt zum Beispiel meine Capture-Card auswählen. Ich nenne das jetzt einfach mal Capture-Card. Und würde jetzt die mal eben kurz aktivieren, die Capture-Card. Und jetzt seht ihr hier auch direkt den Screen. Hier könntet ihr natürlich auch wieder die Einstellungen vornehmen, sprich Gerätestandard, Benutzerdefiniert und so weiter, dass ihr das alles optimal habt. Würdet das Ganze wieder in die richtige Position schieben und zack, dann hättet ihr die Capture-Card integriert. Es gibt dann noch die Möglichkeit, dass ihr mit einem 2-Streaming-PC-Setup streamt. Sprich, der eine PC ist euer Gaming-PC, der andere ist euer Streaming-PC. Da würdet ihr das Ganze ebenfalls über so eine Capture-Card integrieren, wie wenn ihr von einer Konsole aus streamen möchtet. Jetzt haben wir auch die Gameplay-Szene integriert und wir haben mehr oder weniger unsere Basics drin. Wir haben die Gameplay-Szene, wir haben die Be Right Back-Szene und wir haben eine Just Chatting-Szene integriert. Als nächstes möchten wir uns einmal um die Transitions kümmern. Bei den Transitions handelt es sich um die Szenenübergänge, wenn ihr von einer Szene zur nächsten switcht. Diese findet ihr hier unten rechts bei den Szenenübergängen. Zum einen gibt's hier ein paar vorgefertigte. Ihr habt jetzt gerade schon gesehen, dass so ein leichtes Verschwimmen ist. Ihr habt aber auch die Möglichkeit jetzt zum Beispiel, wir wollen mal ein Swipe hier hinzufügen. Wir klicken auf Swipe, klicken auf OK und jetzt könnten wir hier eine Übergangsvorschau machen. So sieht das Ganze aus. Das ist dann eben von A nach B switch, klicken auf OK, haben den jetzt ausgewählt und wenn ich jetzt von Just Chatting zu Be Right Back switche, dann würden wir so einen einfachen Swipe sehen. Wir könnten aber auch hier jetzt andere hinzufügen. Zum Beispiel gibt es hinzufügen Stinger. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir wirklich individuell eine unserer Transitions hinzufügen. Ich wähle jetzt auch mal wieder die von Owned aus. Ich klicke auf OK und wähle jetzt die Videodatei aus. Ich habe jetzt eine eingefügt. Ich könnte jetzt hier noch gucken, wann der Übergangszeitpunkt sein soll. Das ist quasi der Moment, wo der Screen im Idealfall komplett gefüllt ist, wo die Transition stattfindet. Gerade ist es bei 0, also sollte, wenn ich es gleich teste in so einer Übergangsvorschau, direkt bei 0 Sekunden switchen. Das haben wir gesehen. So ist es nicht optimal. Es switcht, bevor die Transition stattfindet. Das heißt, wir müssen hier jetzt versuchen, eine optimale Zeit zu finden. Ich habe jetzt einen Übergangszeitpunkt von 1000 Millisekunden genommen und klicke jetzt hier mal auf die Übergangsvorschau. Wir sehen, A ist die ganze Zeit da geblieben und nach der Transition ist B. Ich klicke auf OK und habe jetzt hier dann die entsprechende Stinger Transition eingestellt. Wenn wir jetzt einmal von Just Chatting zu Be Right Back switchen, dann können wir sehen, dass wir eine andere Szene integriert haben. Ihr habt also bei den Szenenübergängen sehr viele Möglichkeiten. Es gibt schon viele vorgefertigte und mit der Stinger könnt ihr dann eben eure eigene Transition einrichten. Bei den Transitions gibt es leider ein Problem, dass man nicht die Sound Volume regulieren kann. Das heißt, ihr müsst da ein bisschen basteln. Wenn ihr eine Transition mit Sound habt, dann müsstet ihr die, wenn diese zu laut ist, zum Beispiel in einem Video Editor Programm einmal anpassen, dass ihr da eine optimale Lautstärke integriert bekommt. Das ist ein bisschen tricky und hoffentlich noch etwas, was langfristig gefixt wird. Aber so würdet ihr auf jeden Fall eure individuellen Transitions einstellen. Und damit dürfen wir alles durch haben. Wir haben die wichtigsten Quellen besprochen, wir haben verschiedene Screens angezeigt und ich habe euch gezeigt, wie ihr Transitions integrieren könnt. Als nächstes folgt, wie wir Audioeinstellungen in OBS Studio optimieren. Und das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao.